ja halli hallo liebe freunde sammlerkollegen und andere leute die mir hier zuschauen ihr seid alle gegrüßt ja ich habe es mal wieder geschafft ich habe die 30 artikel marke geknackt nicht nur 20 nein weit über 30 ja ist einem jahresflormarkt geschuldet zwei kleinigkeiten habe ich so noch über ebay kleinanzeigen geschossen krieg aber diesmal kann ich nicht wirklich viel feuer labern ich muss anfangen sonst wird das video wieder mal zu lang ja eine sache die ich über kleinanzeigen geschossen habe war jade cocoon ja das ganze diesmal in der black label ich habe die ubisoft exclusive müsse das sein aber jetzt habe ich die hier und gekostet hat mich das ganze fünf euro und dafür dachte ich mir ist das ein sehr guter kurs meine ubisoft exclusive wird jetzt gehen dann hätten wir noch einen kleinanzeigenfund und zwar ist das metal slug anthology für die ps2 ja ist sehr sehr geil ich habe es für die psp ich glaube die einzige version die mir jetzt hier noch fehlt ist die für die wii ja ist ein sehr sehr schönes stück software da sind extrem viele spiele drauf metal slug 2 metal slug x 3 4 5 5 6 und 6 ist sogar glaube ich exklusiv hier auf dieser anthology drauf ja zu in einem sehr sehr schönen zustand und für lasst mich lügen ich glaube sieben euro fand ich in ordnung inklusive versand sieben euro aber so stehen wir ja dann kommen auch schon zu dem jahres flohmarkt und da habe ich hier eine ganze menge zeug rumfliegen ja ich will nicht so extrem ich habe es nicht chronologisch geordnet also wie es an dem tag gefunden habe ich fange einfach mal an und zwar recht am anfang habe ich ein paar ps1 spiele gefunden und zwar war dabei resident evil leider haben die alle macken sind nicht mehr ganz so toll und hier ist die anleitung die disk in passablem zustand leider fehlt das deck cover ist aber gar nicht schlimm kriegt eine neue hülle verpasst dann ist es eigentlich auch wieder ganz in ordnung für jemanden der nicht ganz so viel wert auf vollständigkeit legt ist es definitiv in ordnung das gab es dann gab es noch mdk das müsste murder death kill heißen da fehlte leider die anleitung aber gut ich habe es eigentlich nur mitgenommen weil ich das ganze bundeln konnte und dann hätten wir hier noch ein dino crisis und da ist zwar ein riss in der hülle aber der rest ist komplett und eigentlich ziemlich schick muss man sagen die drei zusammen fünf euro war super wollte ursprünglich zwei euro den titel haben und da habe ich dann noch fünf noch runter gehandelt und das passt dann ging es weiter mit dann nehmen wir das hier habe ich gefunden ten shoot time of the assassins für die psp habe ich so noch nie gesehen vorher habe ich auch moment lasst mich lügen ich glaube vier euro für bezahlt für vier euro war es okay er hatte mit sieben gestalten habe ich nehme normalerweise psp titel über drei euro nicht mit naja komm dann machen wir vier und dann ist gut aber mit dem menschen habe ich auch nummern ausgetauscht weil er meint er hat früher mal extrem viel gesammelt noch viel viel daheim und vielleicht gibt es ja mal was wer weiß und der hat mich dann auch noch an kumpel von ihm verliehen also ich tende für die sammlung ja an einem von seinen kumpels verwiesen der direkt den stand nebenan hatte weil der hatte n es spiele ja und bei dem habe ich mitgenommen kann man sehen so ist das mit anleitung sowie the guardian legend ja wollte er ursprünglich 15 haben für beide ich habe bezahlt zwölf also sechs pro titel mit schuber hier noch die anleitung dabei fand ich in ordnung und für sechs euro den geschmack kann man die mitnehmen auch mit dem habe ich geredet und so ein bisschen ins labern gekommen und der wird dann auch auf der retro börse die oder auf der video und konsolen börse die hier demnächst ist wird er wahrscheinlich auch mal auftauchen und vielleicht kann man ja das hat noch das ein oder andere geschäft machen das wärmer cool ja dann geht es weiter habe ich mir ich glaube ich mache hier weiter ja habe ich auf einem tisch folgendes liegen sehen und zwar einen sega gamegear der sieht noch ziemlich gut aus also die hier außer den paar datschen seht ihr schon da ist eigentlich kaum kratzer drauf hier war noch so ein taser film drauf naja gut aber hier das sieht eigentlich noch ziemlich gut aus ich weiß nicht genau was dieses pinökel hier soll aber der tv tuner der ist noch auch noch super da ist hier vorne sogar noch die folie drauf und dieser standfuß dass man das ding hinstellen kann fand ich super muss man hier so ein bisschen biegen zusammen drücken ja hat noch beide batteriedeckel sieht so alles in allem ziemlich gut aus und er konnte mir aber nicht sagen ob das ding funktioniert weil er hatte keine batterien dabei und auch kein ladegerät und ja habe so gesagt ja komm ich habe noch noch zwei daheim die ich reparieren muss und tendenziell sind die dinge eigentlich immer kaputt und bin dann auf noch mehr aufmerksam geworden an seinem stand und zwar auf den hier ja ich habe schon wieder ein gameboy gefunden und der hier ist komplett frei von irgendwelchen toten pixeln lines oder sonst irgendwas und drin war super mario world 2 könnt ihr auch hier noch sehen mit batterien schön im zustand hier die kappe die war auch da die habe ich schon jetzt in einen anderen auf einen anderen drauf wo sie gefehlt hat da ist das display nicht mehr ganz so duft aber das hält auf jeden fall noch also das ist noch kapitel fest und wird sich wahrscheinlich mit ein bisschen display politur machen lassen ist ein ziemlich ziemlich schön im zustand auch wenig runter gefallen ein bisschen sauber gemacht werden müsste ja und er wollte erst dafür 25 euro und dafür 15 hier hatten wir ja dann schon ein bisschen lamentiert und gemacht und getan und verhandelt hast du nicht gesehen und letzten endes sind wir dabei rausgekommen dass er gesagt hat ach weißt du was nehmen sie beide mit für 22 euro 22 euro ist ein super deal sage ich jetzt mal für so einen gut erhaltenen gameboy und super erhaltenen gamegear und da sage ich ja gut komm super pack ich ein und als ich dann die zwei sachen eingepackt habe hat er gemeint ach hier weißt du was komm nimm die spiele noch mit ich brauch sie eh nicht mehr ja und bevor ich mich schlagen lasse dabei war noch tetris dragon crystal wonder boy castle of illusion oder castle of illusion und columns sind jetzt nicht die burnertitel aber für um kann man das so mitnehmen das komplette set 22 euro glaube das war mit der deal des tages ja dann ging es weiter und da habe ich das war sogar der erste fund des tages ich habe es einfach ins blaue mit mitgenommen das war lands of law götterdämmerung ihr seht schon hier ist noch der original preisaufkleber von 69 95 69 mark 95 drauf und hier hat er drei euro da oben drei euro drauf das ding ist komplett diese doppel dreifach vierfach hülle anleitung und da wollte er drei euro vier für und da habe ich gesagt komm schmeißt das mit drauf weil ich es nicht kannte carnage hart und ja habe mir gedacht komm zock es mal an die disk ist noch in ordnung der rest ist halt eben nicht mehr so tolle aber eigentlich habe ich das ding mitgenommen weil die hülle hier das ist so eine diese besondere hülle eine der ersten und mir ist doch die von micro machines kaputt gegangen und die wird wahrscheinlich die von micro machines ersetzen ja hat er somit reingeschmissen drei euro die zwei sachen wunderbar so ihr merkt schon ich lege ein bisschen tempo vor heute geht nicht anders ja dann habe ich auch einen anderen stand gefunden und zwar ein f1 race nicht der tollste titel aber in original verpackungen die sehr sehr gut aussieht ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt die ist eigentlich ja die hat ein paar marken natürlich dem alter bedingt aber ich glaube da ist auch ein bisschen was bei mir im rucksack passiert leider ja und das ding ist so komplett da ist sogar noch hier das tütchen verklebt f1 race oder für spiele adapter die anleitung drin das spiel selbst und der adapter noch eingepackt also viel besser geht es gar nicht mehr und das konnte ich nicht liegen lassen dafür wollte er ursprünglich fünf euro dann habe ich gesagt weißt du was ich weiß das mit drauf und wir kennen moment ich weiß das hier mit drauf und wir haben die da sagte ja ich wollte eigentlich pro stück fünf euro haben machen wir sechs gut wunderbar drei euro pro stück und nemesis ist ein shooter die dinge gehen eigentlich immer wunderbar sechs euro für das zeug hier ein bisschen anders beiseite legen sonst geht es dann ging es oje womit mache ich jetzt weiter ja komm wo wir gerade bei pc spielen waren eben ich habe ein technomage gefunden die rückkehr der ewigkeit von sunflowers in der big box für den pc mit disk und anleitung für 50 cent das wird wieder gehen das ist nicht so mein genre eigentlich aber für 50 cent konnte ich nicht liegen lassen mit einer schönen hülle die echt noch top aussieht und ja deshalb durfte das mit an einem anderen stand habe ich für fünf euro in firms 2 gekauft schöner zustand alles drin das einzige ps3 spiel des tages ich habe vor kurzem den ersten teil gekauft habe jetzt gedacht komm den zweiten legst du dir auch noch zu sieben wollte er haben fünf hat er von mir gekriegt und damit war das geschäft besiegelt noch einen titel den ich recht früh am anfang bekommen habe und zwar zurück in die zukunft das spiel für die wii ich liebe zurück in die zukunft ich habe das für sieben euro mitgenommen das ist eigentlich mehr als ich normalerweise gewillt bin für die spiel zu bezahlen es sei denn es ist ein top titel ich weiß nicht ob es ein top titel ist oder nicht oder ob er schrott ist aber ich wusste ich musste es haben 12 10 wollte ursprünglich haben die dame und auf sieben habe sie runter gehandelt und da habe ich dann gesagt komm jetzt nimmst du es mit wer weiß ob das noch mal in die finger kriegst habe ich einen controller gefunden ja sieht aus wie ein klassischer xbox controller genau sah auf den ersten blick aus wie ein klassischer xbox controller ist aber hier habe ich dann erst später entdeckt 1 2 3 4 und es scheint ein pc controller zu sein naja gut habe das ding für zwei euro mitgenommen und irgendwie habe ich absolut nicht darauf geachtet ich habe das ding einfach nur geschnappt was kostet zwei euro gut nämlich mit naja gut vielleicht habe ich jetzt einen ordentlichen pc controller schadet ja auch nix es war aber auch der einzige fehlgriff des tages muss ich sagen dann dann war ein bisschen spät am tag sage ich jetzt immer habe ich einen ganzen scharpe ps2 spiele gesehen und da waren viele viele singstar spiele und da war schon wieder ein singstar schlager ja und direkt daneben lag paper mario sticker star so ich habe für beide zusammen für das hier wollte sie ursprünglich zehn haben und für das hier fünf glaube ich zumindest ist aber auch egal letzten endes habe ich für beide zusammen ich glaube 11 euro bezahlt 11 oder 12 euro das hier wird definitiv wieder gehen und damit habe ich das hier für oben wunderbar so kann das immer laufen dann habe ich einen titel gefunden der eins aus meiner sammlung ersetzen wird ein ps2 titel burnout 2 point of impact ja da ist noch ein adressaufkleber drauf was hatten hat scheinbar irgendwann mal irgendjemand anders gehört natürlich habe ich heute von jemandem gekauft ja burnout brauche ich nicht viel zu sagen habe ich schon oft genug den mundfusselig drüber gebabbelt ich bin mir gerade unsicher ob ich den zweiten teil überhaupt jemals hatte für zwei euro mitgenommen da konnte ich nicht nein sagen dann noch ein sehr sehr schönes geschäft für diesen tag und zwar habe ich an dem stand von einem mann gestanden der in 3ds verkaufen wollte für 160 öcken also 3ds xl ist halt ein sehr sehr stolzer preis aber er hat auch wirklich ungelogen so ein stapel spiegel da noch und auf meine frage hin ja was kosten die spiele sagte er mario 15 und der rest 10 ich gucke so durch und es waren wirklich ein paar schöne spiele dabei und ja war eigentlich der krache ich habe dann mit ihm geredet normalerweise nehme ich spiele maximal für ds spiele maximal für ein fünfer mit und dann meinte er naja gut kommen wir mal mit fünf für zwei haben wir gesagt zehn für für zwei stück zehn euro sondern habe noch eins entdeckt naja gut ich zeige euch erstmal die zwei die ich mir ausgesucht habe und zwar ist das einmal super mario brothers in der ganz normalen edition halt alles drin wunderbar erhalten das ist zum tauschen oder verkaufen sage ich jetzt noch mal dann habe ich mir noch ausgesucht gab mario luigi abenteuer bowser auch gut erhalten ich glaube sind da kurz wie man jetzt nicht mehr einlösen kann sieht schwer dann heraus absolut genial danach habe ich gesucht dass das braucht noch für die eigene sammlung ja und dafür zehn euro wäre schon der absolute kracher gewesen habe ich gesagt ich habe dann noch eins entdeckt habe gesagt kümmer 3 für 15 machen da sagt er ja ja natürlich und dann habe ich mir noch pflanzen gegen zombies mitgenommen komplett alles drin wunderbar die drei stück für 15 euro ist denke ich mal ziemlich ziemlich guter deal denn kommen wir zu ein paar unspektakuläreren sachen und zwar habe ich einen ps2 controller mir auf einer kiste gefischt ja ps2 controller nehme ich eigentlich fast immer mit wenn ich irgendwo günstig sehe der hier hat schon bessere zeiten gesehen der ist scheinbar mal ein bisschen aufgeditscht worden ich werde mal testen letzten endes hat es dann das set gemacht was ich bei der frau mitgenommen habe und zwar hatte sie in der krabbelkiste noch zwei ladegeräte und zwar eins für den nintendo ds und eins für den ds ixl was auch immer also einmal das hellgraue und einmal das dunkelgraue sind ja zwei unterschiedliche ja und zusammen habe ich bezahlt für die drei sachen und da konnte ich nicht nein sagen allein die ladegeräte sind da mehr wert weiter im text dann habe ich bei einem händler bei dem ich normalerweise sehr sehr selten was kaufe außer vielleicht mal ein zwei gameboy spiele die ihm so durch die lappen gehen sage ich jetzt mal also diese unter seinem radar laufen und er hatte so diesen schönen gameboy koffer diesen alten der aussieht wie ein gameboy den ich auch in der sammlung habe und da drin lag doch tatsächlich eine lose gameboy pocket hülle ja das konnte ich auch nicht stehen lassen weil er meinte gibt mir vier euro dafür und ich habe ihn noch auf drei runter gehandelt und dafür so eine crystal hülle die sehr sehr schön aussieht also die ist wirklich super konnte ich dafür nicht liegen lassen so da war eine ganz kleine unterbrechung machen wir einfach weiter dann habe ich gefunden noch einen ps2 controller für ich habe keine ahnung ich glaube zwei euro gegen der auch noch mit ja dann neigen wir uns dem ende zu wir haben noch einige artikel aber zumindest was spiele angeht neigen uns dem ende zu dann habe ich an einem stand der eigentlich keinerlei video spieler hatte die kollegen gefunden das ist ein zombie ja und der wäre mir eigentlich gar nicht wirklich aufgefallen wenn direkt daneben nicht sie hier gelegen hätte und daneben der hier also jetzt schon die größenverhältnisse er passt nicht so ganz aufs bild ja und wenn man mal hier unten genauer hinguckt dass ich kann man das sehen natürlich mal wieder nichts zu nah das will hier nicht moment meine handykamera mag das vielleicht ganz kurz also auf gut deutsch da steht capcom bei allen dreien unterscheiden mir die originalen merchandising figuren von capcom zu sein ja er hatte noch zwei andere einmal so ein zombie der so aufsteht auf knopfdruck und noch so ein riesen monster und da habe ich gefragt was soll den krempel denn kosten ja alle zusammen 35 euro 35 euro hatte ich zu dem zeitpunkt nicht mehr sagt er 30 habe ich auch nicht mehr ja aber günstiger konnte es mir nicht geben und letzten endes sind wir dann dabei raus bekommen dass ich die drei hier also den riesen klotz da weggelassen habe der war sowieso rack hässlich gut die sind jetzt auch nicht wirklich hübsch aber der hat mir nicht gefallen war mit wechselkopf und sonst was und habe dann für die hier das stück vier euro bezahlt also zwölf euro für die drei kollegen hier und dafür stelle ich sie mir ins regal wie immer wie immer deko sehr sehr hübsch das war einer der tollsten hunde des tages für mich also richtig richtig schön ja dann hätten wir das ja bin ich an einem stand an dem ich schon dreimal vorbeigelaufen bin wo ich schon dreimal geguckt hatte bin ich noch drüber gestolpert entweder sie haben das hinterher auf den tisch gelegt weil sie vorher vergessen hatten oder sonst irgendwas auf jeden fall ist das ein tecken 3 komplett in schönem zustand bis auf die hülle die hat hier oben leichten hau für zwei euro und dafür kann man tecken 3 in der black label definitiv mitnehmen so da hat man schon wieder ein schnitt die pflicht hat gerufen ja dann bin ich ein paar stände weiter und habe in der kiste also in der kramkiste das war schon ziemlich zum ende hin habe ich dann diese zwei lcd spiel gefunden von mcdonalds müssten die sein jawohl da habe ich vor kurzem vom money 1 bekommen jetzt habe ich hier die zwei noch bei einem ist die batterie lehrt das andere funktioniert ich glaube das hier geht noch genau das hier funktionierte noch und das hier die batterie all genau fand ich gar nicht schlimm habe ich bezahlt für beide zusammen 1,30 und so wie ich da an diesem stand stehe gucke ich mich um und sehe dann in der kiste eine reihe vrs kassetten und ich sammle keine vrs kassetten wahrscheinlich werden sie auch vielleicht ja ich weiß nicht ob sie gehen oder ob sie bleiben aber ich fand die dinge so geil dass ich die haben musste das hat auf einen schlag kindheitserinnerungen geweckt frage nicht nach gleichen ja und zwar war das die jagd beginnt die echten ghostbusters die ghostbusters retten amerika absolut geil nummer eins scheinbar eine serie gewesen also zumindest wenn ich euch jetzt die nächsten zeige in sehr sehr schönem zustand basf kassetten die höhen sehen noch richtig gut aus sind tatsächlich originale der herr der die verkauft hat hat mir sogar angeboten dass ich sie von ihm auch auf dvd bekommen könnte weil er die alle digitalisiert hat und da war die dabei dann war dabei die nummer zwei gefährliche aufträge für die ghostbusters dann war dabei die nummer drei ein ghostbuster in höchster gefahr und noch eine vierte und zwar die nummer sieben diesmal siegeszug der geisterjäger ja fand ich absolut geil sind auch überall die drin die draufstehen ich weiß nicht was das für eine serie war ob die dinge so in irgendwelchen zeitschriften rausgekommen sind oder sonst irgendwas aber ich fand die super ja da sind pro vhs sind da zwei filme drauf oder zwei serien folgen fand ich absolut genial bezahlt habe ich für die dinge in euro das stück also vier euro für alle vier zusammen ich habe sie noch nie irgendwo gesehen und dafür musste sie einfach mitnehmen absolut toll und habe ich doch mit dem mit dem mann noch unterhalten ich nehme jetzt absichtlich nur die ersten drei da weg und da meinte er hat noch so ein ektor 1 daheim den aber nicht loswerden will aber da wären poste dabei gewesen weil ich fand dieses cover hier extrem toll wie gesagt das cover fand ich super und er meinte er bei dem ektor 1 version poste davon dabei gewesen der wollte sich bei mir melden vielleicht will er das poster loswerden und wenn ich davon ein poster kriegen könnte das egal ob videospiel relevant oder nicht das kommt hier in den raum da könnt ihr davon ausgehen absolut schön toll gezeichnet und das wärs mir also ich glaub da würde ich sogar 5 euro für ein blödes poster bezahlen ja das war noch so ein kleines highlight kurz vorm Schluss dann mache ich mit dem letzten video spiel relevanten weiter und zwar kam noch ein gameboy spiele berater für pokémon gelb rot und blau gucken ob die aufkleber noch drin sind tatsächlich alle aufkleber noch drin alle 151 ne 150 sogar noch ähm kein einziger aufgeklebt ist ja schön ja und für den habe ich bezahlt 1 euro fand ich super und dann geht es jetzt noch also für alle die es nicht interessiert geht es jetzt eigentlich nur noch mit filmen weiter und eine musik cd ich habe für den lieben miwo einen pokémon heroes film mitgenommen für 2,50 einmal die expandables 3 für 2 euro dann noch für meine töchter einmal ariel und ariel 2 haben mich jeweils nochmal 2 euro gekostet ich habe ja schon mal gesagt disneyfilme kann man eigentlich immer mitnehmen und dann noch eine cd die so die ich so gar nicht kannte aber so ich weiß gar nicht obskur war interessant war dass ich so mitnehmen musste und zwar ist das kompakt disk maxi single nintendo gameboy tetris dr spin noch nie von gehört wirklich noch nie es ist ein offizielles offiziell lizenziertes nintendo produkt äh und ist von 1992 das ding ich kannte das nicht das war mir gänzlich unbekannt habe ich für 50 cent mitgenommen und für einen guten kumpel noch eine äh noch ein disk also mit einer maxi disk mit einem captain future cover war auch sehr sehr geil und weil er mich mitgenommen hat habe da hat er die von mir geschenkt bekommen weil er captain future fan ist und ähm ja ja das war so das äh tatsächlich das letzte produkt was ich an dem tag gekauft habe und äh auch so ich sag mal ein kleines highlight weil äh total unerwartet dass sowas kommt weil man es halt eben absolut nicht kennt ja das war's für heute äh 25 minuten mein herrn das ist eine ganze hausnummer ähm ich hoffe das video hat euch gefallen es ist tatsächlich mal wieder ein bisschen zu lang geworden eigentlich ähm sagt mir mal was ihr von meinen funden haltet und äh schön brav kommentieren und wir sehen uns das nächste mal würde ich sagen bis zu tage tschüss bei m m b Bis zum nächsten Mal.